Also ich finde es immer spannend, wie Filmemacher und Filmemacherinnen die Gesellschaft reflektieren, in der sie leben, wie sie das mit subtilen Tönen oft machen und sehr vielschichtig. Also ich finde es immer toll, wenn es einen Film gibt, wo man am nächsten Morgen aufwacht, immer noch dran denkt und immer noch darüber diskutieren möchte am liebsten und das wieder neue Gedanken bringt. Auch noch treibt einen natürlich an, wenn man rumreisen kann in Länder, wo man vielleicht sonst nicht unbedingt hingekommen wäre oder wo man hingekommen wäre, aber nicht mit den Leuten zusammen getroffen wäre, mit denen man da zusammentrefft. Also ein sehr vielschichtiger Job. Ja, mein Name ist Bernd Buder, ich bin Programmdirektor des Filmfestival Cottbus und in der Funktion sitze ich jetzt hier.